so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal deutschland heute gibt es die rattle bank von aba den rattle bank das nee das rattle bank bombenrohr ich sag mal bombenrohr von aba eine neuheit für dieses jahr es gibt da drei verschiedene mitunter halt die rattle bank richtig schön das design guckt euch mal das design an leute das ist so schön guck mal kurz drauf wie viel nec ich weiß gar nicht wo das bei aba steht lustigerweise hier haben wir es 31 gramm feuertopf ist das ein richtig schöner feuertopf mit ratter patronen und einer abschluss salut knall patrone sag ich jetzt mal und ja ohne weiter zu zögern zeige ich euch das teil ich wünsche euch viel spaß mal gucken was das für den krassen preis drauf hat rattle bang rattle bang lennart hat gerade gesagt komplette reizüberflutung ist wirklich so gönnt euch das mal ich hoffe der fickt ein bisschen gut rein ich hoffe ich auch ich hoffe ich auch ich hoffe ich auch naja let's go alter Alter, Junge wie geil, Alter, Dina mit 3 Schlägen am Ende wäre richtig pervers.